Jeder weiß, ich bin ein Statussymbol für alle Glatzen, so wie Meisterpropper, ich bin nicht reich an Ha- Nein, 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 was? Was, was, was? Alter, nein, oder? Meisterpropper, halt, wer hat 100% Schmutz und Fett. Guten Morgen, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Und ja, Leute, heute werden wir etwas ganz Besonderes machen. Und zwar reacten wir heute nochmal auf einen Song, aber auf einen ganz besonderen Song. Und zwar vom lieben Tubo. Ähm, ich hab, glaube ich, noch nie etwas vom Tubo gehört. Ah doch, der hat doch schon mal eine 300 Wörter pro Minute Challenge gemacht, oder nicht? Also, glaub ich, der hat einen gemacht, soweit ich weiß. Oder war das sowas? Vielleicht war es auch irgendwas anderes. Aber der liebe Tubo hat jetzt einen Song rausgebracht mit einem Featuring von der Artina Lena. Kenn ich jetzt nicht. Aber der Song heißt Ehrenglatze und der Beat oder alles wurde produziert von Tubo und Toxic Tyson. Stimmt ihr, ich hab einmal einen Diss-Track gegen Kyle Host, hab ich ja rausgebracht. Ähm, da hab ich auch einen Beat von Tubo und Toxic Tyson, glaub ich, benutzt. Ähm, könnt ihr auch auf jeden Fall abchecken, ist ein Make-up gegangen. So, ich bin jetzt echt gespannt, weil Tubo ist auch immer so einer, der wertet immer Songs. Mal gucken, wie er jetzt mal selber einen Song rausbringt. Der Song heißt auf jeden Fall Ehrenglatze. Da wär schon mal Ehre an dieser Stelle. Oh mein Gott, Junge, ich find's ja lustig, wie Tubo sich immer selbst verarscht. Ist einfach das Beste. Ich mach gar nicht mehr so viel ab, mich würdest du freuen, wenn du den Like und den Abo du lasst. Gern den Glock aktiviert und das Video teilt, ja. Wenn Tubo das sieht, was geht ab, Bro? Heute reakt ich mal auf dich, ne? So, und wir gehen mal ins Video rein. Let's go. Boah, ich hab meinen Kopf auch wieder auf 100. Ich mach immer alle gleichen Fehler. Okay. Alpaka Studios hat das gemacht. Er hat hier rasiert. Okay, okay. Was passiert jetzt? Wird er jetzt hier rasiert oder was? Okay. Ich hab ne Chaya. Okay. Okay. Ähm... Ja. Das ist so nice, Alter. Boah, krank. Junge, hä? Tubo kann ja voll rappen, Alter. Tubo. Tubo kann ja voll rappen. Tschüss. Hä? Die kann sich erwarten, Alter. Er krank. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Der ist jetzt grad... Der Badewanne-Challenge. Er chillt grad mit 100 Sneakern in der Badewanne. Besser als Checkmix an dieser Stelle. Boah, der... Boah, der Ehrenmantel. Nicht Mantel, wie heißt das? Bademantel. Der hat den früher immer getragen. Ich guck den auch schon voll lange. Ich glaub, ich schau Tubo schon, seitdem der irgendwie 10.000 Omen hat oder sowas. Das ist einfach mega krank. Okay, der Song bis jetzt geht mega ab. Der Beat, der ist echt sexy. Also der gefällt mir. Muskulöse Glatze passen zu meinem Stirnacken. Für den Glanz jeden Tag drei Polierpasten. Yeah, köpft die Flaschen. Heute gibt's die Chardonnay. Du kaufst dir ein H2P, ich ein CLA-Coupé. Oh mein Gott. Mit anderen Glatzen wird nicht kollaboriert. Denn man merkt, sie sind nicht auf Hochglanz poliert. Hier kommt die Ehrenglatze. Alter, was denken Leute, mit so'n Bademantel, Alter. Oh Gott. Oha. Okay. Ich liebe so Songs, wo Frauen immer so den Refrain machen oder auch an sich so bei Rippern, wenn irgendwelche Frauen mitsingen. Stramm. Alter. Boah, stramm. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich merke schon, ich bin richtig guter Laune, Alter. Das ist richtig. Der Song macht übelst Laune. Hätte ich nicht erwartet. Krass. Alter. Und Turbo kann übelst rappen, Mann. Maschine. Nein, 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 nein. Was? Was? Alter, nein, oder? Meister Propper. Alter, 100% Schmutz und Fett. Alter, er hat einfach... Junge, dieser Bart, ne? Alter, ey. Erinnert mich von an Dada an. Wow. Wow. Ey, das ist eigentlich krass. Okay, okay. Ey, war mega krank. Ich glaube, das ist sein erster Song, ne? Dafür, dass es sein erster Song ist. Mega heftig, Alter. Wirklich krass. Er hat übelst... Wahrscheinlich Geld reingesteckt. Das feiere ich auch immer, Jungs, wenn Leute halt einfach Geld da reinstecken, ne? Und hat er richtig Geld reingepumpt mit Maschine. Hey, was ist sein Rasierer? Das sind wir so viele Leute. Ist das Toxic-Teilz? Ich weiß, wie der aussieht. Oh, okay. Das ist voller Spaß, Alter. Ja, wir laufen jetzt alle mit Glatze rum. Ab jetzt laufen wir alle mit Glatze rum. Boah. Boah, der Beat, Junge. Killer. Ey, ich find's auch so geil, dass es mit Humor nimmt mit so einer Glatze, ne? Das ist ja eigentlich sozusagen schon seit Markzeit. Ich könnte mal sagen, Alter. Boah, war echt geil gemacht, Tybo. Echt Killer, Junge. Killer. Sie ist alles, was ich hab. Sie erspart mir so viel Zeit. Meine Ehrenglatze. Boah, stram. Oh, check die Glatze ist hier. Die Glatze wird poliert, ne? Die Patients sind auch mega geil. Oh, nein, Junge, jetzt läuft der wie der Apache. No, ich hatte grad den Ruto-Lauf gemacht. Boah, das sind Dance-Moves. Alter, auf jeden Fall mega nice. Auch echt ein paar lustige Easter Eggs, muss ich an dieser Stelle sagen. Und, ah, ich find den ersten Song, Tubo, mega heftig, Alter. Die gönne ich mir erst mal ein paar Mal auf Spotify. Bitte gibst die auf Spotify. Gibt's den? Ah ja, die gibt's. Alter. Tschüss, Junge. Was eine Bombe, Junge. Was eine Bombe, Alter. Tausend mehr heftig als Battle in den 2, Alter. Aber okay, Leute, ich würde an dieser Stelle sagen, das war's für den Video für heute. Auf jeden Fall, lass doch ein Like mir da. Guck auch gerne beim Tubo vorbei, ja? Richtiger Ehrenmann. Richtige Ehrenglatze auf jeden Fall, ja? Mich würde es freuen, wenn ihr da liken. Hab ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.